Hallo liebe Freunde, hier ist der Fischer 3x3 und ich nehme euch heute mit ins Labertal in die Oberpfalz. Viel Spaß! In diesem Tal habe ich einen Großteil meiner Kindheit verbracht. Wahrscheinlich zieht es mich deshalb immer wieder dorthin zurück. Der Fischer 3x3 oder 4x3. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018